Heyo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Perfect World Eclipse und ich bin auf dem Dachboden gelandet. Was auch immer für ein Dachboden. Der Horizont Dachboden, genau. Und ich kann bei dem Typen hier unten, dem unsterblichen Lechis mich tot, meine Quest abgeben. Hi. Hey, der sieht freundlich aus. Die Polaris Rissbestie ist zäh, das muss ich zugeben. Wie soll ich sie nur besiegen mit mir zusammen? Ist das eine Seelentasche? Seelenhüter? What the, don't know what he's talking about. Die Polaris Rissbestie hat ihre Seele in sieben Seelensplitter versiegelt. Oh, es ist Voldemort. Das sind Horkruxe, das sind keine Seelensplitter. Seelenhüter versiegelt. Achso, Seelen. Genau, meine ich doch. So dass sie niemand besiegen kann, dies ist eine davon. Der einzige Weg die Polaris Rissbestie zu besiegen ist, alle sieben Seelenhüter zu zerstören. Hey, das kommt mir verdammt bekannt vor. Das ist wirklich Voldemort. Und wo sind die anderen Seelenhüter? Es gibt einen Seelenstein, der sich in einem Red Gargoyle verbirgt. Besorgt ihn euch. Ich muss mir diesen Seelenhüter genauer ansehen. Okay, alles klar. Das geilste am Perfect World ist immer noch, dass man keinen Fallschaden kriegt und dass man so mega weit springen kann. Ach, das ist der Briefkasten. Genau, ich würde gerne aber eine Bestienhüterin, Tierverfahrt. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Hallo, ich habe was für dich. Äh, Tierfähigkeit wäre, was? Was, 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 was? Was für ein Tier? Ich habe doch gar kein Tier. Habe ich ein Tier? Ich habe doch, wo habe ich denn ein Tier? Verarschen? Das nicht. Das auch nicht. Das doch da hier. Oder? Ich habe kein Tier. Verarsch mich doch nicht. Ich will ein Tier haben. Waren. Nein. Wir wollen ein Tier ausbrüten, Mann. Fichtigkeiten verlernen. Tier umbenennen. Ich habe kein Tier. Fitzbold. Quests. Schließen. Mann. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Hm. Hm. Oh, ich habe genau 17.000. Wie cool. Ähm. Hm. Hm. Ich habe tatsächlich ein Tier. Ach, natürlich. Ich habe doch dieses, ich habe doch, ach man, wie doof. Natürlich. Meditation, nein. Hyper XP, nein. Bin ich denn, bin ich denn, ach, wo habe ich denn den Kram jetzt? Tier. Ich habe doch eins. Natürlich, ich habe doch dieses. Ach, Mist. Puh. Wo habe ich denn das jetzt? Es ist aber, es ist weg. Zieht das Symbol des Tieres in die Auktionsflöße, um es zu beschwören oder zurückzurufen. Welches Tier ist? Das hier? Geht das? Natürlich nicht. Aber wo ist denn mein Tier? Aber wo ist denn mein Tier? Ich hatte doch dieses, dieses mega große Tier. Nein, hatte ich nicht. Quatsch. Das war doch gar nicht hier. Das war woanders. Enzyklopädie. Was ist das hier? Liebesbeziehung. Mein Gott. Wie kann ich denn das Vieh aktivieren, Mann? Okay. Äh. Ich habe kein Tier. Was will die von mir? Ich will mein Tier ausbrüten. Ach, Mann. Das ist doch ätzend. Zum Scheiß. Ja, dann halt nicht. Dann mache ich halt erstmal eine Quest. So. No Falsschaden for the win. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, Wraithgar. Ah, natürlich. Ich muss die Fiecher hier töten. Witzig, dass sie sich immer genau da befinden, wo ich gerade hin muss. Sterbt. Die bösen Viecher. Oh, das ging schnell. Kalkpulver habe ich immer noch erhalten. Mehr nicht. Nee, Seelenstein habe ich noch nicht. Gib mir diesen Seelenstein. Ich will Voldemort vernichten. Oh, noch keinen. Wie viele von euch muss ich denn töten, um diesen scheiß Seelenstein zu kriegen? Nekromandenhose, okay. Starke Sache. Hallo? Sterb gefälligst? Ich muss zugeben, ich komme mit den Änderungen in diesem Spiel noch nicht so ganz... Oh, da sagt der nächste Hai. Ich komme mit den Änderungen in diesem Spiel noch nicht so ganz zurecht. Irgendwie haben die einiges geändert, was ich nicht gut finde. Ähm. Hinauf, in luftige Höhen. Ich wüsste nicht, dass ich schon ein Tier habe. Ganz ehrlich. Ich muss... Ich versuche das gleich einfach nochmal. Ich will jetzt dieses Tier haben, verdammt. Oh, ich bin schon, glaube ich, viel zu weit. Ja, da. Äh. Da hat man endlich mal eine Tierverhalterin gefunden und dann nimmt die nichts an. Das ist doch hetzend. Ja, das ist der Seelenstein. Ich kann die Seele der Polaris Rissbestie darin spüren. Lass uns den nächsten suchen gehen. Puh, flab, flab. Ach du Scheiße. Maßlosigkeitsklinge. Der nächste Seelenhüter wird Maßlosigkeitsklinge genannt und wird von einem Anhänger der Polaris Rissbestie bewahrt. Sie ist speziell. Denn wenn ein anderer sie in die Hand nimmt, wird sie eine andere Form annehmen. Daher müsst ihr mehrere Klingen in nur kurzer Zeit sammeln. Hab ich da für einen Zeitbund? Zeitdingsbund? Oh, 14 Minuten. Okay, los. Dann kümmere ich mich am besten direkt darum, weil so alles, was auf Zeit geht, finde ich doof. Das ist nicht gut. Zumindest nicht bei mir. Ich hab die sichere Zone verlassen. No. Polaris Rissbestie Anhänger, okay. Also, hier hinunter. Auf, auf. Oh, was ist das hier? Einfach nur irgendein Gebäude hier mitten im Nirgendwo. Hi. Überraschung. Schattierp. Oh Gott, die sind alle viel zu läppsch. Oh, ich kümmere mich direkt um euch beide hier. Komm. Ups. Zack. Fertig. Oh, das war's schon. Bingo. Oh mein Gott. Also, dafür hätte ich jetzt echt keine 15 Minuten gebraucht. Gut. Und das andere hätte ich, glaube ich, auch direkt annehmen können. Oh, ich sehe alles so wunderschön. Man darf gespannt sein. Joa. Also, wie gesagt, ich würde gerne das mit dem Tier nochmal versuchen. Aber irgendwie zeigt er mir ja an, dass ich ein Tier hätte. Ich weiß aber nicht. Ich wüsste nicht, dass ich eins habe. Ich hab keins. Oder? Habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich ein Tier bekommen habe und es nicht gecheckt habe? Das wäre seltsam. So. Großartig. Ich sehe es, die Maßlosigkeitsklinge. Ihr habt es geschafft. Bingo. Next one. Seelenverschlingerring. Jetzt geht es um den Seelenverschlingerring. Er wird von einem Zauberer aufbewahrt. Tötet diesen und nehmt den Ring an euch. Alles klar. Mach ich. Aber erst nochmal zu Tier. Ich möchte. Ich würde gerne. Probieren. Fähigkeiten leeren. Nicht aktiviert. Okay, wie mache ich das? Verstehe ich nicht. Muss ich eine andere Tierverwalterin finden? Ich probiere es mal mit einer anderen. Vielleicht. Hm, hm. Wo gibt es denn noch? Ach, hier gibt es über... Ich möchte gerne endlich nach... Ach, nach Perfect World kommen. Dann hat das ganz endlich ein Ende hier. Um ehrlich zu sein, fand ich das andere besser. Also das, wo... Hallo, danke. Das vorherige, das ich in dem Together mit Passars und Ekalavia gemacht habe. Weil da wurde man... Da musste man halt diese acht Leute finden. Und mit jedem Typen, den man gefunden hat, wurde einem ein neuer Aspekt von dem Spiel näher gebracht. Erst die Rüstung, dann die Zauber, die man hatte, dann die Fluggeräte, sag ich mal. Dann die Bestien, die man da kriegen kann. Und so nach und nach wurde einem halt alles erklärt. Aber das hier ist einfach nur Mist. Das ist irgendwie einfach... Das ist blöd. Ich weiß nicht warum, aber ich komme hier mit überhaupt nicht klar. Und wenn ich das Spiel nicht schon kennen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst die Motivation verloren, hier weiterzumachen. Ich finde es mega schade. Holy shit, ist der groß. Oh mein Gott. Muss ich das Vieh hier töten? Dein Ernst? Okay, es wird wahrscheinlich einfacher, als ich es mir denke, aber... YOLO. Oh, doch nicht so einfach. Scheiße. Ei, 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 ei. Oh nein, ich habe keine Tränke. Ich habe keine Tränke unten in der Leiste. No! Oh, oh Gott, ich bin so dumm. Kann ich das während dem Kampf machen? Kann ich tatsächlich. Oh nein, wo sind sie hin? Da. Da. Weg. Da. Hier so. Zack. Zack. So, F7. Und F8. Einfach mal so. Just for the Lules. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Fett und Kalkpulver. Yay. Jetzt habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, wie und warum ich es geschafft habe und so. Und äh. Seltsam. Aber gut. Gut, gut. Gefangenengeist. Ich warte, ich muss hier gleich wieder hin. Und muss diese Viecher töten. Na gut. Wenn, dann muss ich das halt. Ja gut, aber wie gesagt, ich finde das halt echt irgendwie... Ja. Ein bisschen scheiß gemacht hier mit dieser Neuerung. Ich finde es mega gut, dass es neue Klassen und Rassen gibt. Aber diese neue, diese neue Startgegend ist einfach ein Witz. Und ich finde es schade, dass die Flügel nur so komische Bälle sind. Das erinnert mir nämlich ein bisschen an Sündra aus League of Legends. Die auch immer mit ihren Bällen schmeißt. Also, das klang irgendwie zweideutig. So, was ist denn jetzt, wenn ich hier jetzt dieses Tier da reinschmeiße? So, da, da, da. Klapp mich. Ich kann die enorme Macht in diesem Ring spüren. Kein Wunder, dass der Zauber davon so besessen war. Da hat Unheil, es hat, ne, er hat Unheil über sich selbst gebracht. So sieht's aus. Was denn, das war's jetzt? Äh. Offensichtlich. Aber da fehlen doch noch welche, oder? Also ich hatte doch, eigentlich hätte ich sie... Ach, da, da, okay. Fähren, feiern, fähren, so. Hallo, mein Freund. Ich habe alles aufgegeben, seit ich beigetreten bin. Na los, lass uns einen trinken. Seelen wird Blumen und Krone. Das war mir so klar, dass ich die anderen Viecher jetzt auch noch töten muss. Auch wenn ich kein Spezialist in Sachen... Was zum Henker ist das für ein Gefunkel hier um den herum? Mensch. Also wenn ich kein Spezialist in Sachen Seelen bin, habe ich dann noch ein spezielles Verhältnis zu diesem Seelenhüter. Daher weiß ich, da fehlt ein Leerzeichen, etwas, was der Unsterbliche der Kalasse nicht weiß. Ein Seelenhüter, das fehlt auch im Punkt, kann ein bändiges Lebewesen sein, so wie die Seelenwirt Blume. Die Seele befindet sich in den Blättern dieser Blume, findet den Seelenhüter. Ich weiß, dass ihr ihn spüren könnt. Das wird nicht lange dauern, glaube ich allerdings auch. Ich weiß, dass einer der Seelenhüter eine Krone, die mit den Geistern in Verbindung steht, ist. Doch ich habe keine Ahnung, wo sich diese befindet. Man sagt, dass ältester Omenrich mit Geistern kommunizieren kann. Wir brauchen seine Hilfe, um an diese Seelenhüter zu gelangen. Ich werde ihn bitten, uns zu helfen. Alles klar. Das mache ich aber dann alles im nächsten Part. Und bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zusehen. Ach, da unten ist der Hälteste. Okay, cool. Bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ihr das Spiel auch vorher kanntet und es jetzt spielt, dann schreibt mir doch mal unten in die Comments, wie ihr diese Neuerungen jetzt findet und ob ihr damit klarkommt oder nicht. Und würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.